ich grüße euch herzlich willkommen mein lieben fallout freunde ich bin hier gerade in der nähe von genau ich bin jetzt gerade im super duper markt und meine aufgabe ist eigentlich die fertigungsanlage von rebellen zu befreien aber vorher wollte ich eigentlich hier mal so ein bisschen rumluten noch da könnt ihr jetzt dabei sein ich bin schon glücklicherweise getötet eine sicherung okay aber blöde ist da hinten sind noch welche ich bin eben schon mal jämmerlich krepiert was machst du graust du hier rum vielleicht sollte ich doch mal eine andere waffe mir noch aussuchen inventar waffen automatikpistole 100 die ist doch viel besser warte mal hier die schaden 18 schaden 10 ohne so gut war schaden 13 kurze doppel hat acht schuss bloß hat aber 45 schaden impro gewehr 16 schuss laser muskete schaden 10 o bayonet ist ja cool vielleicht sollte man mal die bajonett ausrüsten vielleicht können wir damit ein bisschen mehr ausrutschen ausrutschen ausrichten da ist doch schon einer oh wow geht ja schon in richtung maschinengewehr können wir damit auch zustechen ah ja okay wo ist das okay man alter dann gleisen mir gleich die sichtszüge hier eigentlich wollte ich nur looten jetzt hat sich aber herausgestellt dass hier elendig viele zombies sind oder ghule wie sie hier heißen bevor wir hier ernsthaft los looten müssen wir erstmal alles befreien von den fischern guck mal da mein lach schön die waffe ist ziemlich geil muss ich euch mal sagen oder geht sogar noch mal runter oh gott hier geht's raus okay buh 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 tut nochmal nach oben also ich hab noch lange nicht alle die looten hier ich werde auch mich gleich noch mal umgucken ich wollte bloß erstmal alle ghule die hier sind umbringen. Wie zum Beispiel. Ich höre doch hier. Ach, der kommt durchs Fenster. Seid ihr denn des Wahnsinns? Alter. Junge, Junge, Junge. Vergoldet. Was war das eben? Vergoldet das Stromgewehr? War das hier überhaupt ein Ghoul? Ein Plünderer-Ghoul mit Uniform. Ein vergoldet das Stromgewehr? Alter, nicht schlecht. Ich weiß aber, dass hier noch mehr sind. Guck mal. Okay. War das noch einer? Oh. Alter, du hast schon keine Arme mehr. Das ist ja wie bei Ritter der Kokosnuss. Hast du alle? Huh. So, noch nicht looten. Noch nicht looten. Ah. Alter. Alter. Die kommen durch die Fenster. Das heißt also, das wird dir nie ein Ende geben. Oh. Jetzt müssen wir mal kurz unsere nicht vorhandenen Fähigkeiten ausprobieren. Alter, die ist abgebrochen. Okay. Milizhut. Cool. Und eine Laserbuskette haben wir zwar schon, aber ist egal. Nein. Alter. Oh Gott. Alter. Alter. Auch gesundheitsmäßig hier. Der ist schlecht aus. Alter, der lebt immer noch. Unbedingt mal, weil ich schnell was essen. Buff out. Okay. Cram. Mit der Radioaktivität sieht natürlich kacke aus. Goldene Uhr. Was hatte ich da eigentlich eben für eine Knarre gelootet? Das wäre ja doch mal interessant. Jo, alleine für den Supermarkt. Hier braucht man schon wahrscheinlich eine Stunde. Oh, First Aid. La, 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 la. Was gibt es denn hier noch? Schön nicht. Alter. Da nehme ich es. Übel, übel. Tja, ohne Kopf, mein Freund. Ist natürlich extrem schlecht. Die Radioaktivität steigt weiterhin. Da haben wir noch was. Schöne. Eine Fusionszelle. Ein Minuteman. Und lasst uns doch mal gucken. Wir haben doch da eben so eine geile goldene Knarre gedingst. Gedingst. Impro-Revolver. Äh, mit Bayonetti habe ich ausgerüstet. Wo war denn? Ich habe da irgendeine goldene Knarre. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wird auch nicht mehr allzu lange halten hier meine Munition. Registriergasse brauche ich nicht. Oder? Kann ich die nehmen? Wenn dann nur den Inhalt Ich glaube, mehr ist hier nicht. Man darf auch nicht so hektisch sein. Sonst über sieht man was. First Aid Kit haben wir. Da kommt schon wieder einer. Tau so ist die Chance besser zu treffen. Oh, die hauen sogar ab. Wenn sie keine Chance mehr haben, hauen sie ab. Sehr interessant. Wo hier ist es aber ein bisschen was zu looten, oder? Plastikkürbis? Weiß ich nicht. Vielleicht kann man da Schädel ohne Schädeldecke. Vielleicht kann man da irgendwelche Lampen draus machen. Kaugummi. Cool. Ja, 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 ja. Maulwurfs-Rattenzähne. Danke. Da ist doch eindeutig eine Flasche drin. Na, ist egal. Alter, bis ich hier alles geluset habe, da kommt doch jemand. Da kommt doch jemand. Warte mal, habe ich eigentlich noch einen Molotow-Cocktail am Mann? La, 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 la. Na, schmeiß mal den Molly. Alter, schmeiß doch mal den Molly. Ich weiß jetzt nicht, mit welcher Taste. Die machen doch gerade meinen Hund alle. Oh, scheiße. Scheiße. Habt ihr gerade meinen Hund gekillt? Wo ist der andere? Alter, mein Hund hört sich nicht gut an. Mein Hund kämpft noch irgendwo. Hör den doch. Wo ist er denn? Alter. Gott sei Dank hat ich Gott sei Dank hat ich noch ein Stimp-Bag. Die Munition fehlt. Oh Mann. Müssen wir das so machen mit dem Bayonet vielleicht. Okay, wir brauchen eine neue Waffe. Munition ist alle. Alter, ich habe überhaupt kaum noch Munition. Na, Rohrzange. Hm. Stroh-Flint habe ich das Ding könnte ich nehmen. Das könnte ich nehmen. Kommt da schon wieder jemand? Wir kommen halt einfach leider immer mehr noch durchs Fenster durch. Flage. Flage. Flasche. Sau spannend, das Spiel. Wenn man natürlich nicht so ein Profi ist. Ja, mach dich mal selbst runter, Ufo. Mach mich nicht runter, ihr versteht es falsch. Ich bin einfach realistisch. Und ich habe auch keinen Bock, wie andere das machen, irgendwie alle Fails rauszuschneiden, damit man als der supergeile Zocker dasteht. Das ist mir schnulli. Das ist für mich das unterhalb. Guck mal, was ist denn das? Ein Arm, der sich noch bewegt. Na, das ist ja geil. Der Arm gehört zu ihm, oder was? Das ist ja cool. Das ist beim Back, aber... Alter! Hör auf dich zu bewegen, du Arm. Ist ja jetzt ruhig. Keine Ahnung. Militärisches Klebeband. Da ist noch was. So, jetzt ist der Arm ruhig. Der Arm in der Kiste. So könnte man die Folge nennen, wa? Alter, da hast du echt zu tun. Nur alleine für den Supermarkt brauchst du schon eine ganze Weile. Mal gucken, da ist man noch was essen, vielleicht. Pläfi Fliegenfleisch. Distel. Gebackene Bläfi Fliege. Lecker! Die doch nicht... Ah, Munition. Cool. Ne, Kuchen. Oh, Kuchen aussieht wie Munition. Das ist ja doof. Süßkuchen. Lecker. Das Mikro ist ganz schön weit weg. Könnte sein, dass der Ton heute ein bisschen leise ist. Oh, noch Schluss. Nein! Okay. Nein! Eine H-Klammer verschwendet. Nein! Ein bisschen... Das wär's. Das muss man doch wirklich üben. Schönen Jutentag, mein Name ist Ufo Mann. Bin auf der Suche nach Ghulen und so'n Zeug. Gibt's hier umvertschönet? Hallo? Ist hier ein Rettenautomat. Sehr cool. Alter, da geht's noch weiter. Alter! Trotzdem ist es mittlerweile schon wieder dunkel. Alter, wie sieht er denn aus? Alter! War das eine Frau oder ein Mann? Er ist durchs Fenster reingekommen. Glaub es nicht. Kommt da noch jemand? Toilette? Unterliegen Zuckerbomben. Lecker! Zuckerbomben aus der Toilette. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ran mit der Zuckerbombe. Wie sieht's eigentlich aus hier mit meinem Gewicht? 227. Bald müsste ich eigentlich mal wieder in mein Dorf zurück, um ein bisschen was abzuladen. Dann komme ich halt später nochmal her. Man hat hier mit jeder Location so ein Stündchen zu tun eigentlich. Und ich weiß nicht, ob ich hier alle gelootet habe. Oh, Laborstation. Ist ja cool. Das kann ich hier. Buffjets, Buffs, Stats, Granaten, Molotow-Cocktail. Radaway. So, was können wir herstellen? Radaway würde ich gerne herstellen. Aufbereitetes Wasser und leuchtenden Pilz und Plastik und Antiseptikum. Na los, dann macht das Zeug. Cool, kann ich da noch mehr von herstellen? Ne. Leider nicht. Was ist das hier? Bluterspritze, Minen, Verwertbares. Könnte ich noch einen Molotow-Cocktail herstellen? Was können Drogen? Buffjet. Komm, mach mir immer einen Buffjet. Kann ich das noch herstellen? Na, immerhin, wa? Immerhin haben wir doch jetzt ein bisschen was, da könnte man doch gleich X-Rate nehmen. Äh, Radix. Radix war nur, guck mal, Medix macht eine Schadenresistenz und Radix habe ich noch vier. Strahlung widerstehen und Redaway der macht Minus-Rate. Ich hätte erst das Kakerlakenfleisch wahrscheinlich essen sollen. Oder? Das ist ja ein Schick. Wie viele Trefferpunkte habe ich denn eigentlich? Wo kann ich das sehen? Bei Daten wahrscheinlich, wa? Sonstiges? Ne. Karte, Radio, Karte, Daten, diverses Schrott, Statistiken, Nerdwut, wenn deine Gesundheit unter 20 fällt, weil langsam sich, achso, ach da, TP 107, ah, okay, 107 Trefferpunkte, dann verstehe ich nicht, wenn ich mit diesem Rate-Zeug das Minus-300 macht, nicht alle weg sind, aber ist egal, ich muss es doch nicht verstehen. Radio, aktivieren. Ja, mit dem Radio ist so eine Sache, weil man will ja nicht, dass man hier Lizenz-Rechts- Probleme kriegt und dass da YouTube einem Video hier sperrt, deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig mit der Radiomusik, wobei die Musik bei dem Game total cool ist, so 15 Jahre Musik, Terminal, mal gucken, was uns da mitgeteilt wird. Sally, aufgrund zahlreicher Kundenbeschwerden in den letzten Monaten informieren wir sie mit schweren Herzen darüber, dass wir Sally entlassen mussten. Ihnen ist vielleicht außerdem aufgefallen, dass wir die neue Expresso-Maschine endlich da ist, Espresso. Bis wir den Platz in der Küche haben, wurde die Espresso-Maschine auf Sallys Schreibtisch montiert. Viel Spaß damit. Dankeschön. Holo-Band laden. Und wir wissen, dass viele Mitarbeiter wegen des lauten Klickgeräusche besorgt sind, die die Espresso-Maschine von sich gibt. Leider wird es noch zwei Wochen dauern, bis wir... Gut, die Dinger sind das natürlich hier für die Hardliner, die sich dann jeden Text durchlesen in diesen Terminates. Da wird dann im Prinzip so ein bisschen immer über die Hintergrundgeschichte von der jeweiligen Location berichtet, dass man sich ja noch ein bisschen mehr so rein versetzen kann, wie das vielleicht früher vor dem Nuklearschlag war. Habe ich jetzt mal so für euch drin, ich gewöhnlicherweise lese ich mir das nicht alle durch. Jetzt würde mich einmal mal die Sache mit der Espresso-Maschine vielleicht interessieren. Oh, guck mal, ein Teddy mit Handschellen. Wer hat denn das gemacht? Ein Mensch oder ein Zombie? Die soll ja, ach guck mal hier, ein Tresor. Alter, Experte. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Mist. Mann, ich will einen Experten in Schlösser knacken haben. Hier ist sie. Das ist die Espresso-Maschine, aber damit können wir ja gar nichts machen. Die wird hier so aufwendig erwähnt und wir können damit nichts machen. So, scheinbar ist es, dass sie durchs Fenster kommen. Einmaliges Ereignis, was dann immer ausgelöst wird, wenn man in den jeweiligen Raum kommt. Draußen ist es dunkel. Ein Bett habe ich hier nirgendwo gesehen, dann könnte man mal ein bisschen schlafen. Ich glaube, ich habe auch nach wie vor nicht den gesamten Supermarkt gelootet. Da haben wir schon mal ein paar Sachen. Patronen, Flaschen. Ach, jetzt hier war ich schon mal. Das kann ich mich erinnern wieder. Ah, der dreht sich sogar. Der funktioniert noch, der Generator. Hoppla. Da haben wir uns jetzt den Fusionskern rausgenommen. Den können wir nämlich für unsere Super-Rüstung gebrauchen. Wie sieht es denn aus mit dem Gewicht jetzt hier? 234. Wir haben immer noch Platz, also wir müssen jetzt nicht zwingend zurück in unsere Stadt. Wobei in der nächsten Folge werde ich euch hier glaube ich mal zeigen. Da habe ich schon ein kleines bisschen was gebaut. Ich meine, jeder spielt auch anders und jeder spielt auch so ein bisschen vielleicht in der verschiedenen Reihenfolge die Geschichte. Deshalb könnte das selbst für jemanden der das Spiel selber spielt interessant sein. Und für jemanden der halt auch nicht weil das Spiel ist wirklich nicht billig für jemanden der wirklich da wartet bis es dann günstiger wird und das erst nächstes Jahr spielen will. Oder jemand der einfach nicht die Cola hat zur Zeit. Es gibt auch noch einige Spiele die ich mir gar nicht leisten kann. Ich kann mir nicht drei Spiele für 50 Euro im Monat kaufen oder so. Da gibt es ein paar Spiele wie Anno 205 205 was ich mir zum Beispiel angucke weil mir das zu teuer ist. Und so gucken und gucken und gucken und gucken und gucken und da könnte für den einen oder anderen eine Abend Unterhaltung sein. So jetzt war ich hier schon fünfmal und hier ist eine Schmerzel oder? Da steht mir was. Eine Karotte die könnten wir bei uns dann einpflanzen in unser Feld Wo hatten wir den schon gelootet? Ja. Wurde ich sagen dass wir uns hier eigentlich schon mal durch gelootet haben. Dann können wir hier nochmal gucken. Hier gibt es echt ewig viel zu holen in dem Supermarkt. Das war dann aber auch erstmal. Wir sehen es in der nächsten Folge. Da werden wir hier noch ein bisschen weiter looten und dann werden wir noch mal zurück gehen. Folge gleich machen. Also in der nächsten Folge gehen wir dann nochmal zurück in unsere Stadt und dann gucken wir mal ob wir schon das Zeug haben um eine Waffe zu modden oder irgendwie sowas. Tschüss Danke fürs